Mit der Asienreise endete die letzte Pflichtveranstaltung der deutschen Kicker vor der Sommerpause. Boah, Urlaub, ey, geil, ey. Nach überstandener Hitze im Nahen Osten Da muss ich jetzt erst mal mich erholen. Und dem 7-2-Sieg über die Vereinigten Arabischen Emirate zeigt sich Trainer Löw zufrieden. Wir haben unser Ziel erreicht und das freut uns natürlich sehr. Auch mit der gewählten Taktik. Wir müssen den Gegner über 90 Minuten ärgern. Aber wie immer, mit höchster Disziplin. Es sei ein gruppendynamisches Erlebnis unter südlicher Sonne gewesen. Ausgerechnet Chancentod Mario Gomez erzielte gleich vier Treffer. Wenn es gegen Top-Teams wie die VAE schon so gut läuft, wird der neue 30-Millionen-Mann Ah, scheiße, nein. zukünftig sicher auch bei den Bayern gegen Angstgegner wie, sagen wir, Mainz 05 punkten können. In der Nationalelf jedenfalls tobt der Kampf um die Stürmer-Stammplätze heftiger denn je. Äh, was willst du denn hier? Glaubst du, der Jogi lässt dich spielen? In Top-Form, es führt an mir keinen Weg vorbei. Das wird dir der Jogi gleich auch sagen. Ey, Jogi, er setzt voll auf mich, hä? Auf dich, Krücke? Ja, klar, hä. Ja, klar, Mario. Jetzt feiert noch mal schön. Aber mit höchster Disziplin. So, Jungs, jetzt wollen wir doch mal schauen. Manchem Bewerber allerdings wird auch die beste Maskerade nichts nutzen. Das ist nicht mehr lustig.